so und das sind wir auch schon wieder zurück zu der nächsten folge von let's play minecraft und unsere rüstung sieht schon ziemlich zerstört aus leider weil hier so ein paar gefährten waren die uns da ein bisschen zu schaffen gemacht daten aufs dach xp holen vom gast ist wichtig unsere ganzen xp hallo gut da oben freund oder feind ihr seid ja eigentlich alle feinde ich versuche jetzt immer diese schweinchen zu töten weil die sind ja wirklich richtig böse deswegen sind ein paar gestorben ich verfolge keiner mehr lol da willst du mich verfolgen da willst du na kommst du hier drüber nein bist viel zu doof dazu bleib stehen hier unten bin ich warte bleib stehen hier witterst du mich danke für dein goldschwert okay dann hole ich mir kurz cobbles raus das ist nicht ein kleiner bug pflasterstein stufen hallo ich meine so steht eine stein stufe aus pflasterstein stein stufe klärt mich ja bitte auf was das sein soll ist das jetzt ein bug oder was ist das vielleicht ist das selbe zwei wertvoll keine ahnung was das sein soll auf jeden fall ist das nicht ganz normal glaube ich also klärt mich ja bitte auf was ich da gemacht habe ich weiß nicht so richtig was das sein soll oh so viele idioten oh und tschüss oh verdammt ein kaputtes schwert ähm machen wir das mal mit dem zusammen so da haben wir dann recht gutes schwert ich versuche jetzt mal auf mich zu jagen alle sind böse auf mich hui 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 ein gast seid ihr nicht alle böse auf mich das ist mir neu ihr seid nicht böse auf mich seid ihr euch ganz sicher kommt ruhig mit okay danke danke dass ihr mich angeschubst habt seid echt nett hier runter geht's ja da noch ein bisschen links ja komm her jeder einzeln oh freund xp lieferanten hier wittert ihr mich wittert ihr mich wittert ihr mich seid ihr feine schweine massenmord so den mussten wir erstmal eine lektion erteilen ich höre noch zu viele schweine ich bringe erstmal wieder meine kügelchen weg und es fängt schon wieder an zu decken wieso nur i don't understand ein jedes mal dasselbe vier vier frames gucken ich verstehe nicht was das immer ist ich verstehe nicht was das immer ist ich habe die truhe auf gold nugget rein zombie fleisch rein neunzehn vielleicht muss ich mich hier ein bisschen wegbegeben ja da geht's wieder umso weiter ich weggehe desto besser geht's wieder okay hier in der gegend scheint es wieder zu gehen komm wir tragen den kampf hier oben aus lalalalalala xp und ein gold button nein du wohnst da unten hier oben bin ich der herrscher so alle platt gemacht so hier das nehmen wir mal wieder schön alles weg hm ah ok die sind noch böse auf mich aber komm mit komm in mein haus seid ihr dumm oder so den ihre ki lässt ja noch zu wünschen übrig wenn ein loch ist einfach mal rein renn komm hier ein loch rein rein idiot komm doch hoch wenn du könntest lalalala die könnten ja alle hoch kommen aber sie sind zu dumm dafür noch einer noch ein idiot oh wer hat mich denn da abgeschossen also an schwertern sollte es uns ja auch nicht mangeln er hat erstmal sein schwert durch die decke warum auch nicht so wie viele goldschwerter haben wir jetzt können wir dann damit irgendwas machen wenn wir goldschwerter sammeln ich glaube nicht ich glaube nicht war ein versuch wer es wert eigentlich aber eigentlich wollten wir uns ja jetzt hier was bauen ich bin hier draußen alle rumrennen mit so ein paar dumme Schweine hey von wo kommst du her das ist doof was du machst ah ne das mag ich nicht von oben von oben ist doof sind zwei oder okay zwei hm oh da kommt noch einer komm mit ja was machst du jetzt ja ja so erstmal kurz die timer weiter laufen lassen so unsere rüstung ist irgendwie ziemlich am Arsch also ich bin gerade der meinung wir sollten uns hier ziemlich schnell durchbauen und nicht so lange überlegen mit wem wir hier kämpfen weil wie ich die situation hier gerade so erkenne ist die ziemlich nicht gut ähm immer schön ausschau halten hier oben ist es gefährlich da kann man schnell mal in der lava enden damit habe ich auch schon mal eine erfahrung gemacht ähm und den lavabaden kann ich euch versprechen das ist nicht mein hobby so hier geht es jetzt aber runter das ist gut irgendwelche kandidaten nicht okay würden wir mal hier kurz das weg so und ab hier geht es dann unterirdisch rein hier gehen wir dann in den Berg so ein paar Pflastersteine wieder rausholen so hm ich weiß nicht ob ich das sollte aber ja scheiße das war total dämlich das war total dämlich lalalalalala denn ich habe hier gar keinen Eingang es war so dämlich so das war schlau die 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 öffnen die 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 steine hinweg Hier ist natürlich jetzt so ein kleines Problemloch. Naja, buddeln wir auch einfach weg. Das ist kein Problem für uns. So, einfach schön durchbuddeln. Kein Problem. Zombie-Fleisch. Da unten ist Party, wie es aussieht. Ah, jetzt kommst du mal hoch. Warte, Schwert. Komm auf meine Party. Komm hier ruhig rein. Ja, nicht schlagen, das mag ich nicht. Da schlage ich zurück und das tut weh. Eisen-Gitarren. Ähm, neue Spitzhacke. Das kommt weg. Hier kommen wieder neue Steine hin. Hier unten sind wir eigentlich erstmal ziemlich sicher, wenn wir nicht so falsch bauen würden. Ich weiß, die Folgen könnten jetzt wahrscheinlich ziemlich langweilig sein. Aber es muss halt auch sein, weil wir wollen ja auch mal in eine schöne neue Welt und den Netter auch ein bisschen erkunden. Und das macht ja auch nicht zu wenig Spaß, würde ich ja mal sagen. Der Netter hier. Also mir macht es auf jeden Fall übelst viel Spaß. Wie es bei euch ist, weiß ich ja nicht, aber mir macht das schon Spaß. So, und ab hier ist dann auch hier Schluss. Also mit, ähm, Eisengittern. Da kommt dann jetzt hier eine komplette Wand rein. Da drüben, noch solange man was sieht, kommt da Eisengitter hin. Da unten kann man noch aufräumen, oder? Obwohl, es ist ziemlich gefährlich, wenn es hier runterregnet. Ah, ich lasse mal lieber. So, zu basteln. Sollt ja auch kein Schwein mehr hochkommen. Und da ist die Volke auch schon rum, wie ich sehe. Okay. Ich bastle mich hier trotzdem nochmal kurz weiter. So, das hier zu. Hm, hm, hm. Und da kommt die Ente auch schon. Das heißt, die Folge ist zu Ende. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und die nehme ich jetzt auch noch gleich auf. Also, tschau.